Wo ist das denn jetzt? Der Sammler ist das... Hörst du aufs Maul oder was? Der schießt auf mich! Gott, wer schießt auf dich? Irgend so ein anderer Kerl, der wird mich scheinbar ein wenig beschleunigen. Ja, und Leute einen Rang bekommen. Ja, Sammler wird Mastmann. Ich kann grad kein Siberium mehr sammeln, weil ich damit mein Volverkinder stehe. Hm. Ich will das andere auch noch researchen, das Ammo-Ding. Oh scheiße, ich brauch ne Werkstatt. Kriegst du eigentlich auch wieder Hilfe, wenn du Dings machst? Wenn du was machst? Äh... Hier, Feuerwerk. Äh... Ich seh den nicht. Der ist C4 irgendwo. Hm. Das bringt mir nix. Nicht am Motivieren können. Guck mal, dass das immer ne Weile dauert, bis man nen neuen Mech bauen kann in dieser Version. Ist doch scheiße. Du wirst man hier einstellen können. Kann man auch einstellen. Ich lege mich grad mit Mech an, als Sammler. Und bin im Orker. Weil Mech allein erreicht's ja nicht. Toll, der Mastreifer ist. Mastreifer stinkt. Wo ist denn Rocket Soldier? Ja. Cool, ich kann auf dem Mausrad laufen. Wenn ich's drückt halt. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber... Schön zu wissen, nicht? Ach, diese Orcas, ne? Ah, was schießt denn da auf mich? Ich brauch jetzt erstmal mein Selfie. Wenn ich's denn find. Ähm... Bazooka, yeah! Also, wo sind die Kack Orcas? Ach, jetzt sind alle tot, oder was? Ja. Echt? Dann kann ich ja wieder sammeln. Ja, relativ. Da fahren... Da laufen noch ein paar Leute rum. Oh, geil! Den Trist ist... Schwierig. Mit dem Raketenwerper. Wow! So was ist überhaupt nicht. Wo ist mein Selfie? Auf Null. Oh, ich hab ne Bazooka gefunden. Kann ich eigentlich auch so sammeln? Nee. Nee. Der nimmt's zu Schaden. Halt echt. Das ist schlecht. Ich hab auch kein Selfie. Doch, ich hab noch ein Selfie. Nein, Null. Gut, dann bin ich jetzt gleich tot. Pfff! Nein! Helf! Yeah! 37. Damit lege ich nochmal richtig los. Vielleicht auch nicht. Geh doch in... ...Born rum zurück und drück auf Refill, dann bist du wieder voll. Bisschen zu spät. Dieser Chip kam zu spät für mich. Okay. Dann fürs nächste Mal. Ich glaub nicht, dass es beim nächsten Mal besser laufen wird. Ah, dieser Scheiß... ...Mech schon wieder. Naja, die sind dauernd überall. Nicht mal in Ruhe Tiberium sammeln darf man hier. Ah, lauf, Forest, lauf! Ich lauf zum zweiten Feld. Oh, hier hat einer eine Time Gun bekommen. Ham, ich brauch mein Selfie. Ich hab grad einen Time Gun abbekommen, ja. Du fail it. So, warum haben wir eigentlich keine Power-Up-Caches im Spawn-Room? Keine Ahnung. Diesen Umstand muss ich mal ändern. Was ist denn kaputt? Wir sind rot, ne? Ja. Ich repariere erst mal. Das ist spannend. Unglaublich unterhaltsam. Dann werd ich gleich 10.000 Abonnenten haben, wenn sie mich sehen, wie ich repariere. Das ist... Ja. Mit dem blauen Licht, ne? Was ist das, blaues Licht? Und zum Pterium sammeln, das ist auch spannend. Pfff. Äh, ja, also ich sterb recht oft, ne? Was ist das? Blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Ja. So. Ich stelle fest, es geht da nicht lang. Ich will das Ding reparieren. Warum kann es die von außen reparieren? Wie bei Battlefield 1942. Spiele habe ich auch lange immer gespielt. Ich baue mal ein paar Maschinengewehre im Spawn-Room. Wer was davon abhaben will, sollte kommen. Ich würde die ganze Basis mit Sunset einbauen, aber das bringt ja nichts. Ja, 50 Erfahrungspunkte. Ja, zzzzz. Die Kanone eiert. So, dann baue ich mir auch noch eine Maschinengewehrchen. Okay, was haben wir denn noch nicht erforscht? Ist... 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 Dann brauche ich noch... Nein, ich brauche das noch. Ich habe 100 Erfahrungspunkte bekommen, warum auch immer. Weil du was erforscht hast. Achso. Ich habe vielleicht zwei Sachen erforscht. Ne. Eine. Keine Ahnung. Was ist denn noch beschädigt? Kann ich den jetzt mal schütteln? Repair? Wir haben Repair Fakility? So sagt man das keiner. Haben wir erweiterte Mechs schon? Keine Ahnung. Wo ist die... Wo ist die Werkstatt? Oder über hier? Ich hoffe das jetzt einfach mal. Geh der jetzt einfach mal von aus. Oh ja. Ich habe nicht mehr blau geschaut. Oh ja. So dann räume ich jetzt mal ein bisschen auf hier. Vielleicht kann ich den Mechs da hinten wegmachen. Pass auf wo du hinläufst. Muss repariert werden. Der hat nur noch 99%! Schnell! Voll ist er explodiert! Was war das eben für ein Bug? Ich habe weiter geschossen obwohl ich die Maus fast gar nicht mehr gedrückt gehalten habe. Komisches Dachdruck. Okay. Dann kann ich jetzt sammeln gehen. Oh was ist das denn? Hau ab! Nein! Das stimmt, dass ich jetzt nicht wieder an mir schlapp. Wenn hier kommt was... Ich nehme gerade ein dicker Mechs an. Äh äh... Resign your class. Yes. Aber der dicke Mechs ist jetzt tot. Kann ich ja wieder sammeln gehen. Wieso baut eigentlich niemand Rift für den Ration. Sollte das jetzt nicht fünftig sein. Jetzt wäre ich gleich wieder totgeschossen. Jemand schießt auf mich! Hilfe! Oh das war nur ein eigener. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie noch mal irgendwann hin eine Mini-Raffinerie zu bauen. Oh das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich habe 4 ohne 10. Wo baut man die am besten? Ich werde jetzt auf mein Mechs aufpassen. Baut man das Ding am besten? Weiß ja auch nicht. Kann man die Indie-Raffinerie bauen? Du musst das auf irgendein Tiberiumfeld setzen auf jeden Fall. Boah wie scheiße ist das denn? Da wirst du das Ding ja nie bauen brauchen. Ich meine du hast es halt gebaut und dann schlägst gleich die Raketen wieder ein. Töten alles. Auf der Map ist das ein bisschen gefährlich mit der Mini-Raffinerie. Doch ich hasse es! Kostet ja auch gar kein Geld dieses Scheiß-Sammler. Nicht mal spielen! Und dann... Nur nochmal das ganze. Mit etwas mehr Gefühl. Macht es überhaupt einen Unterschied wo man hinschießt? Also... Mein bei Infanterie jetzt. Ob man jetzt auf den Kopf zielt oder... Nee scheißegal. ... Als Sammler ist mein echter Arsch... ... gerade gezogen hier. Ähm... Ach wir haben so viel Geld, gell? Pass aus! Yeah! Ich seh mich nicht kommen im Geld. Ich seh mich nicht kommen im Geld. Ich seh mich nicht kommen im Geld. Yeah! Geh in Flammen auf! Ich glaub das Spiel ist nicht so mein Ding. Ich mach immer so viel Punkte ne? Das hatte ich noch nicht. Yeah! Egal, sie sind gut aufgestellt. Ah Titan ist wie geil als Jaggernaut. Seitdem... ... die Gauss entfernt wurde... ... eindeutig. So, Tiberium sammeln ist nicht mehr. Wieso? Weil ich jetzt mit meinem Titan hier stehe. Ach das bist du! Sehr schön. Na komm wir haben mal vorbei. Ich hab nen Flammenwerfer. Ich will auch wenig Spaß. Dich kann ich ja nicht töten. Oh! Der hat ne Plasma-Kanone. Ich hab nen Accuray bekommen... ... mit nem Flammenwerfer. Ja, das ist nicht an AOW angepasst. Die Medaille. Brenne! Huansohn! Brenne! Ne, getrost. Ignorieren. Ah, ist vorbei! Scheiße! Oh! Das viele! Ich dachte ich hätte gekillt. Ne, passt nicht. Oh, wieviel halten die denn aus? Ich mach irgendwas falsch. Ja, so langsam hab ich wirklich das Gefühl ich mach irgendwas falsch ne, weil... ... ich halt da drauf und entweder treff ich nicht oder ich mach keinen Schaden. Ja, geh weg sammeln. Das kann ich. Da weiß ich jetzt auch nicht welchen Rang die jetzt wieder haben. Hängt ja sehr davon ab. Ich hab Sertgen. Sertgen ist scheiße. Mach mal da Admin-Menü auf, komm, geh mir mal einen gescheiten ran. Oh, die Baracks, die brauchen ein paar Raketen, hab ich beschlossen. Was macht das jetzt eben? Geräusche machen mir Angst. Boah, ich hab die Raffinerie noch weiter weggebaut. Boah, was ist denn jetzt los hier? Seid ihr jetzt so böse, dass ich die Baracks angegriffen hab? Meine Güte. Die hassen dich jetzt. Ich merk das. Sie wollen nicht in Stücke schießen, Baby. Ja, wollen sie auch. Resicken. Aber wir haben ja ne Werkstatt, das löst das Problem. Resicken, dann kannst du wieder ficken. Äh... 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 720 minus 30. Warum wird da manchmal quer herum, wird da so ein Betrag abgezogen vom Hauptbetrag? Kannst du mir das erklären? Wenn du dann mit dem Rang aufsteigst, kriegst du. So wird's glücklich. Per Billigerung. Genau. Toll, das Sache. Das ist die falsche Gnade. Ich will die halbautomatische. Ich muss die Waffenbelegung mal ändern hier. Ey, hört auf auf mich zu schießen. Ich bin doch ein Freund. Hey, das ist verboten. Das dürft ihr nicht. Ich nehme euch die ganze Munition weg. Mann, bist du fett. Ja, ja. Mach mal ne Diät, Junge. Was kann man überhaupt noch so researchen? Der schießt hier schon. Ah, da hinten. Ich research doch immer so gern in den Spielen. Das ist genau mein Ding. Oh, falsches Terminal. Back to Field, yeah. Back to Action, yeah. Und das Research Ding sieht einfach aus wie ein Kraftwerk. Ja, wie das C und C1 Kraftwerk sieht das aus. Ja, da will ich noch hin. Also, Refeneration. Avenged Machs haben wir. Team HP haben wir. Mord Turrets, Adventure Turrets, Adventure Repair Gun oder One Time mit C4. Irgendwas empfehlenswert? Ja, die Turrets kannst du höchstens noch, aber C4 und Repair Gun sind nur für dich selber. Ach so. Oh, Avenged Turrets sind auch schon. Oh, ist alles schon researcht. Ja, dann hast du schon keine Chance mehr. Das ist Rassismus. Warum machen die das gegen mich? Du kannst ne Mini-Raffinerie bauen. Äh, ja. Wie viele Sekunden steht die da? Ja, hab ich wieder sterben. Oh, ich hab nen T-Tag. Yeah, ich hab Präzision bekommen. Ich schieß einfach nur drauf und krieg Präzision. So ein dummer Schmarrn. Ja, ist halt nicht auf Audi angefasst. Kann man kurz groß ignorieren, diese Medaille. Schade, könnte Erfahrungspunkte dafür geben, das wär cool. Oh, Orca, jetzt kommt mehr hier. Ist einer mit Tiberium gegangen. Bin ich um gegen Tiberium? Orca! Ne, ich hab ein Sniper-Reifen. Wo ist der Scheiß? Orca jetzt. Ach, ist er jetzt zu dir gekommen, oder was? Oh ja, tatsächlich. Hey, ich hab ein Sniper-Reifen. Ist dir gut? Joa. Wo musst du noch treffen, ne? Das ist die andere Sache, genau. Ich wechsel wohl doch wieder, lieber. Zum Self hier. Yeah! Steroide reinspritzen! Rocked. Und wo ist denn das neue Machine Gun? Das Ding ist mir doch ein bisschen in Liebe. Machine Gun? Die ist auf 5. Oh oh! Oh oh! 5. Oh! Ah, geh weg! Geh doch weg! Boah! Mach nicht so Zeug! Jung! Mein Herz! Das ist doch nur ein Spielzeug-Mächter. Ja, aber er schießt Raketen oder irgendwas auf mich und das mag ich überhaupt nicht. Das ist so ungesund für die Figur, weißt? Boah, da kommt aber einer mit einer Plasma-Kono an, das mag ich nicht. Halt. Falsches Terminal. Mal wieder. Oh, ich mach das nicht mehr lange hier. Ich komm gleich mal und reparier dich. Ähm. Ähm. Ops. Oh, hey. Matron hat Hilfe auf die Werkstatt. Reicht doch noch. Ich glaube das war knapp mit meinem Mech. Also das Menü ist ab bissl verpackt. Wieso, was ist damit passiert? Ja, manchmal bist du einfach wieder links plötzlich. Also du kannst ja so nach rechts und da auswählen und manchmal bist du plötzlich wieder links, warum auch immer. Cool. Boah, ich hab so viel Geld hier. So, jetzt muss ich nochmal da die Research-Dingsbumses da. War eindeutig zu viel Geld. Ich hab so 4000. Schenk mir was. Ähm. Oh, ich hab schon fast 7000 gleich. Cheater. Okay, das reicht. Was ist denn da schon wieder in dem Tunnel los? Muss ich da mal reinschießen vielleicht. Noch. Was kaufen wir denn noch? Wir spüren nur den Weppen. Ich weiß, was wir noch brauchen. Jawoll. Und das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt sind wir für 3 Sekunden gut ausgerüstet und dann stecken die wieder. Boah, ich hab was zu zerstören. Eine Mini-Raffnerie haben die gebaut.